Wieso macht er die Mikrofondinger nicht? Wieso macht er die Mikrofondinger? So, das war Felt 1. So, jetzt sind wir wahrscheinlich zu Feld 2 rüber. Ich denke, Becker's Floor ist eher dein Ding, als Levin-Making auf der Floor. Ja. Aber ich liebe beide. Ich hab zwar gehofft, dass ich mit den zwei Feldern von Raps ab Erd fertig wäre, aber irgendwie Spielerei mit Autodrive Schlange Linie, die ich mit der gefahren sind Wenn ich bei dir reinkomme Wenn ich bei dir reinkomme, kann ich das mit dem Dingster ausprobieren Warte mal Wenn ich mich als Admin anmelde, auf deinen Hof komme Ah ne, aber dann würde ich ja CP sehen, weil das liegt ja an meiner Einstellung Hat mir gerade so eingefallen Oder? Ich könnte es Ne, die Einstellung bleibt ja global Wenn du jetzt bei mir in den Hof kommen würdest Oder was meinst du jetzt? Wenn ich bei dir hinkomme Und dann einfach Ich würde was probieren mit Keiner Autodrive oder CP Dann würde ich das ja so sehen wie bei mir Weil das gehört ja zu meiner Einstellung Ich würde das nicht sehen, wie es bei dir ist Genau, genau Darum ging es mir noch Achso, das wird kein Sinn Oh, mir ist kalt Weil du müsstest mir dann quasi dann deine Konfiguration schicken Dann würde ich dann Wird das eventuell funktionieren Dogjack, moin Moin, 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 baum, baum Spam, schwamm, aber noch mal stehlos Ich habe mal zwei Ich mache mal gleich noch eine Querbahn Weil das Schöne ist Zuckerrümm ist noch bald fertig Geht so Dankeschön, geht gut Wie geht es dir so? Dogjack, was machst du so? Zuckerrümm, ja ich müsste auch mal irgendjemand fällt Mir so ein kleines mal mit Kartoffeln oder sowas machen Aber ich habe immer nur Weizen Aber ich will halt die Mühle bespielen Na gut, die Ich will ja das Kartoffel Und die Zuckerrümm will ich ja so machen Mit dem Grimme Pack Also Zuckerrümm kannst du sowieso nicht damit sammeln Aber Jemand, der will mir helfen Mal das komplett einzufahren Also quasi mit jeder einzelnen Ziehmaschine dann Quasi Rausernten Den Moment Der das Zeug erstmal aus dem Boden rausholt Die Maschine Ja Du bist irgendwie gerade weg bei mir Das hat gestottert So, nochmal Hat gestottert Ja, aber das kann auch an mir gelegen haben Weil das hat sich so angehört wie ein Blutlustverbindungsfehler Okay Ne, es gibt ja von dem Grimme Pack Kannst ja jede Maschine einzeln ziehen Also von Krautschläger Der dann die Äh, vorne der Krautschläger Hinten den Ja Ernte, der dann die Kartoffeln in der Schwarzhändel zielt Bis zu einer Kolonne mit Der Sammler hinten drauf Äh, der das ja alles komplett einsammelt Bis zu Ähm Den Überladewagen Ja Wo du quasi das alles bis zum Mit Autodrive oder Cosplay zum Feld fahren kannst, ne Und Autodrive fährt dann quasi weg Das will ich mal versuchen bei mir auf der Karte mal Komplett einzufahren Einzustellen Und wenn das dann klappt Mit den Ballen Ja Also Ja Viel automatisiert Einfach mal ausprobieren, wie das ist Wieso? Ich hab ganz heiß Unterbrechung Viel automatisiert, okay Genau Ja Ja, das war bei mir am Schluss bei der Rostock so Wurde alles zu groß Ich hatte einen LKW, der einfach nur ganzen Tag Paletten Gefahren ist von A nach B Ach, das war natürlich Ja, also das ist, ähm Das wollte ich so nett machen, also Eigentlich war Fanta schuld Aber sag ihm das nicht, weil sonst ist er wieder traurig Keine Fanta, bist du blöder? Ja Ah man, ja So, komm mal So, dann zwisch ich mal auf, dass er ihn langsam in die Waagerechte wechseln Warte mal Das ist mein Maker Mobil Also er hat Du hast zwei Accounts Und wieso hast du nur mit einem gesuppt? Und was ist denn da los, Alter? Das ist ein Geringverdiener, Alter Ja, hier so Hast du schon getonatet, du? Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt man mal einen Partner ab Instant Gaming Gleiche Spiele für faire Preise Hängt unten in der Beschreibung Aber das Aber das Schöne ist, ähm Das eigentliche A-DLC, was ja rauskommt Für das, äh Diesen neuen Fahrzeug da, ne Mhm Haben sich schon viele gewundert, dass das Dass auch eine Woche, bevor dieses DLC kommt, überhaupt ein Update rauskam Oder rausgekommen ist Ich wusste ja nicht mal, dass da überhaupt ein Update rausgekommen ist Erst durch ein Durch gestern Durch ein Yo Der, der mich da gestreamt hat Oder er da gestreamt hat Satisfactory Ja, ja Einfach ein bisschen geschwätzt Ach, Leute, nur, dass ich das wüsste, dass ich gerade ein Update rauskomme Aha Unglaublich Und das hat er dir einfach so, wenn es streamt zu sein Ja, normalerweise habe ich ja alle die Spiele, wo ich drauf habe, auf automatisch Updates, ne Ich habe es dann auch erst gemerkt, bevor ich zweimal den Rechner neu gestartet habe Aber dann macht es viel Ne, aber, äh, ne, Moment Giants ist Giants ist in Deutschland, ne Genau Arbeit beendet, Arbeit beendet, Arme nach Zig Zig Und ich brauche etwas Warmes Oh, mach, mach, mach Steinkt ab, oh, Alter Geschehen So So, ein Ding ist das Aber dann macht es ja quasi die Autoload da Die, die Standardfahrzeuge, die, die Hänger da Hi, Tobi Komplett, äh, komplett ja überflüssig Wenn du dann die Halle da hast Wieso? Also, man hat das in den Autoload-Hänger überflüssig Naja, wenn die Ballen dann komplett alle, äh, gestapelt sind da drin Also, ich bräuchte die da nicht Ja, aber das geht ja eher darum, dass du es, ähm, vom Feld Geautoloadet bekommst, die Ballen Und nicht, dass du, oder? Ja Du kannst auch Paletten damit, äh, transportieren Das ist ja nicht der Fall, aber da kannst du ja auch die stinknormalen Die Standard-Sachen ja holen Standard-Sachen Standard, ähm Nach, wie heißt's Die Standard-Ballensammler Ob's Quader oder die, oder die normalen Rundballen Ach so meinst du das, ja, okay, ja Ja, wobei, wenn du große, große Karten bespielst Und da hast du auch, äh, du hast da Keine Ahnung, 200, 300 Ballen Das ist so ein Autoload-Ding, wo du auch, äh, nicht nur 21 draufkriegst Sondern, keine Ahnung, 250 Ball Macht das schon Sinn Ja gut, das ist sowieso klar Ich hab' die ganze Platze gehabt Obi, alles fit bei dir, oder? Nein, nein, nein Alles gut, sowas, sehr schön Gerade noch die Kurve bekomme Ha, 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 ha Der aktive Herr Giants hat den Hauptsitz in der Schweiz und eine Niederlassung in Deutschland Und das Logistikzentrum in Deutschland Ist ja spannend, du Was ich hier heute alles erfahre Weißt du, ich merk' gerade Ob das für dieses Feld noch reicht Dann hat noch China in der USA und in der Tschechischen Republik Oha Echt jetzt? In der Schweiz und in Tschechien USA, das weiß ich Da war ich ja schon mal Okay So, Jet Wird das Saatgut für dieses Feld reichen? Ich weiß es nicht Wisst ihr es? Weißt du, was mir gerade auffällt? Warte mal Ist Wieso ist denn niemand hier? Hm Ja, äh, nur, äh, ne, wie hier? Kommt ihr heute? Ach so, okay, aber ich habe jetzt gerade einen Schock bekommen, dass hier gar niemand ist Und der ist ja ein bisschen Parastrophe Okay, alles klar Ja, ihr schafft das schon, na klar Tschüss